Bei 30 Grad im August in Bremen den finnischen Winter im Bild festzuhalten. Für Pioniererinnen kein Problem. Die Bremer Künstlerin hat die besonderen Stimmungen ihrer Heimat verinnerlicht. 40 Arbeiten der finnischen Künstlerin sind bis zum 8. Februar im Kulturhaus Müller in Ganderkesee ausgestellt. Mit den Worten Eisgrau, Frostblau, Schneeweiß ist die Ausstellung überschrieben, die am 5. Dezember von Dr. Wiebke Steinmetz eröffnet wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017